so heute erzähle ich euch etwas zu meinem hobby der impkerei und dabei geht es halt ganz besonders auch darum dass ich da persönlich die energie reinstecke und ich zeige euch mal hier eins ja hier hole ich mal so ein ding hier raus und dann schauen wir mal hier da ist natürlich sieht man ganz klar das gelbe davon das ist mein urin und da gucken wir einfach mal was wir damit alles machen